Der 20. Februar ist ein besonderes Datum im Jeferland. Er ist der Todestag der legendären Regentin Fräulein Maria. Doch ab sofort ist der 20. Februar auch der Tag, an dem Maria Wiemken zum neuen Leben erweckt wurde, betont Elke Rolfs Jakob, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Friesland. Seit Sonnabend gehört Jefer mit Fräulein Marie zu den Frauenorten in Niedersachsen. Die Marienstadt ist der 30. Frauenort. Mit der Initiative Frauenorte will der Landesfrauenrat Leben und Wirken historischer Frauenpersönlichkeiten lebendig und bekannter werden lassen. Frauengeschichte und Frauenkultur sollen dadurch einen festen Platz in kulturtouristischen Angeboten erhalten. Die Frauen, die mit einem Frauenort geehrt werden, sind für uns heute Vorbilder und mit ihrem Mut und Leistungen außerordentliche Persönlichkeiten, erläuterte Cornelia Claus, Vorsitzende des Landesfrauenrats, das Konzept. Untertitelung des ZDF für funk, 2017